Guten Tag Frau Arnold. Hallo. Welcher Partei gehören Sie an und seit wann? Der CDU. Ich bin CDU-Mitglied seit 2001 und hier im Landtag in der CDU-Fraktion seit 2014. Und wie alt sind Sie? Ich bin 35. Wann wussten Sie, dass Sie Politikerin werden wollen? Schon in der Schule, als ich mich regelmäßig mit den Lehrern gestritten habe. Sind Sie Stadt- oder Lehrdorfkind? Absolutes Dorfkind. Bitte ergänzen, wenn Sie keine Politikerin werden, wären Sie? Weiterhin als Betriebswirtin in der Wirtschaftsprüfung tätig. Sie dürfen sich einen Wunsch erfüllen. Welches politische Ziel erreichen Sie damit? Gleichwertige Lebensverhältnisse im Land genauso wie in der Stadt. Welche politischen Ziele haben Sie schon erreicht und sind besonders stolz auf diese? Ich bin stolz darauf, dass wir immer generationengerechter Politik gestalten. Wir haben es geschafft, die Kommunen in Hessen deutlich zu entschulden mit der Hessenkasse und mit dem Schutzschirm. Und da sind wir schon einen ganzen Schritt weiter gekommen für eine generationengerechte Politik. Jetzt die andere Seite. Gibt es politische Entscheidungen, hinter denen Sie heute nicht mehr stehen? Nee. Momentan gibt es eine große Debatte über Extremismus, vor allem auch politischen Extremismus. Was kann man Ihrer Meinung nach dagegen tun, um sich zu schützen? Man muss ganz aufmerksam sein. Wir Politiker, wir müssen wirklich Augen und Ohren offen halten und müssen den Menschen ganz genau zuhören. Wir müssen vor allen Dingen die Ängste und die Nöte der Menschen viel, viel ernster noch nehmen, als wir es bisher tun. Und ich glaube, dann sind wir auf einem richtigen Weg und können extremistische Organisationen viel besser in den Griff bekommen. Eine große Debatte ist auch das Wahlalter 16. Wie ist Ihre Position dazu? Ich bin der Meinung, dass wenn man volljährig wird, und das ist dann das Alter 18, dass man ganz, ganz viele Pflichten auferlegt bekommt. Und dann sollte man auch ganz, ganz viele Rechte bekommen. Und für mich gehört dann auch das Wahlrecht dazu. Bleiben wir beim Alter 16. Was halten Sie vom Führerschein ab 16? Das finde ich eine ganz gute Idee. ÖPNV. Muss ja ausgebaut werden und was halten Sie vom kostenlosen ÖPNV? Kostenloser ÖPNV haben wir ja schon fast. Die Landesbediensteten können mit dem Landesticket in ganz Hessen den ÖPNV nutzen. Und die Schülerinnen und Schüler in Hessen können für einen Euro am Tag auch in ganz Hessen mit dem ÖPNV fahren. Wichtig ist es, glaube ich, besonders auch noch im ländlichen Raum, wenn man zum Beispiel noch keinen Führerschein ab 16 machen kann, dass man gute Verbindungen hat, um überall hinzukommen. Was haben Sie heute noch vor? Ich muss gleich wieder ins Plenum. Und wie kommen Sie nach Hause? Später. Ich hoffe, es wird nicht so spät. Mit dem Auto. Wollen Sie den Jugendlichen oder wollen Sie uns Jugendlichen noch einen letzten Satz mitgeben? Engagiert euch. Bringt euch ein und macht den Mund auf. Sagt, was euch stört. Sagt, was euch gefällt. Das ist das Allerwichtigste. Vielen Dank, Frau Anlott. Gerne. Schönen Tag noch. Danke. Schönen Tag noch.